Post-Editing mit dem ketzerischen Titel hier, das braucht doch keiner, ist tatsächlich ein nicht ganz kleines und man muss viele Teilbereiche eigentlich abgrasen, um das Thema richtig zu behandeln. Jetzt haben wir eine halbe Stunde Zeit, das heißt ein paar Themen werden im Schweinsgalopp gemacht werden. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ich schiebe gerne auch nochmal ein Webinar nach, wenn Interesse besteht. Und wir haben auch Schulungen, die wir anbieten, also da sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie da irgendwie Bedarf haben. So, ja, ich fange gleich mal an mit dem, was wir sind, damit Sie ein bisschen wissen, wer wir sind und warum wir hier solche Webinare halten. Also wir sind Prozessberater im Bereich Übersetzungsprozesse, sind seit über zehn Jahren unterwegs mit dem Thema, sind acht Berater und sind gänzlich unabhängig von Software- und Übersetzungsanbietern, sprich wir bleiben objektiv, wir verkaufen keine Software und wir verkaufen auch keine Übersetzung. Unsere Kunden, unten sehen Sie einen kleinen Auszug, schätzen das, weil wir natürlich so unabhängig bleiben können und immer das Beste auswählen können, was der Markt so zu bieten hat. Wir müssen natürlich den Markt auch immer beobachten, wir müssen wissen, was los ist. Deswegen wissen wir auch um das Thema maschinelle Übersetzung. Das ist ein Riesenthema für unsere Kunden zurzeit und so auch unter Umständen für Übersetzer, für Posteditoren und auch Übersetzungsdienstleister. Das ist der Hintergrund, warum ich hier heute zu Ihnen spreche. Ich mache das Ganze seit 16 Jahren, habe in der Automobilindustrie begonnen, habe auch schon ein Übersetzungssystem eingeführt für einen großen Automobilhersteller und ja, es ist ein bisschen mein Steckenpferd. Ich zeige Ihnen nur kurz, was wir hier so machen. Das ist jetzt hier nicht Thema für Sie. Das ist einfach nochmal natürlich, um uns vorzustellen, was wir so anbieten. Darüber springe ich jetzt aber mal hinweg. Wir sind, das ist auch wichtig hier an dieser Stelle für Sie, auch Repräsentanten für Taos. Taos steht für Translation Automation User Society, eine internationale Organisation, die sich der besseren Übersetzung durch Innovation und Automatisierung verschrieben hat, für die gesamte Industrie, nicht nur für Kunden und auch nicht nur für LSPs, auch für Übersetzer, sind Mitglieder basiert und verkaufen auch wiederum keine Übersetzungen oder andere Dinge, sodass sie auch recht objektiv sind. Die haben viele MÜ-Daten, mit denen man auch selber Engines bauen könnte, zum Beispiel. Große Kunden wie Microsoft oder Oracle sind Mitglied und bedienen sich hier auch der Daten, die Taos da für MÜ-Engine Konstruktionen gesammelt hat. Nur, dass Sie das schon mal gehört haben, denn Taos bietet über die Academy auch Post-Editing-Kurse an, zum Beispiel, und hat auch viele Qualitätstools im Portfolio. Kann man sich auf der Webseite dort auch mal anschauen. Wenn Sie Interesse haben, schicke ich Ihnen gerne den Link. Das ist ein bisschen nur zum Einstimmen, denn der ketzere Schädel lässt ja schon vermuten, dass wir schon glauben, dass Post-Editing sich lohnt und dass man das braucht. Warum der Umsatz in der Industrie wächst insgesamt, das wissen wir. Das ist jetzt hier eine Prognose, die Taos auch angestellt hat, die ich ein bisschen nochmal angepasst habe, um das zu verdeutlichen. Sie sehen hier die Pfeile, die nach oben gehen. Da sehen wir schon zwischen 2010 und 2020 die Prognose in Richtung Post-Editing und Transcreation. und Übersetzung ist eher, ich sage mal, ein sinkender, ein verkleinernder Anteil. Das will nicht heißen, dass es keine Übersetzung mehr gibt. Transcreation ist ja auch eine Form sozusagen des Übersetzens. Aber wir sehen auch den großen Anteil Post-Editing. Deswegen glauben wir, dass Post-Editing durchaus ein Service ist, der Berechtigung hat und der vielleicht auch für Übersetzer und LSPs interessant ist. Natürlich wird auch noch mehr Anstieg erfolgen, aber ich denke, wichtig ist hier auch schon mal die Tendenz zu erkennen, wohin die Reise so geht. Was gucke ich mir mit Ihnen heute an in dieser knappen halben Stunde nunmehr? Was eine kurze Abgrenzung, so ein bisschen einen Äpfel-Birnen-Vergleich. Was ist denn Post-Editing überhaupt? Dann schauen wir kurz drauf. Wenn ich Post-Editing sage, muss ich auch ein Ü-System sagen, weil ohne maschinelles Übersetzungssystem brauche ich ja gar nicht Post-Editieren. Also muss ich ein bisschen was darüber sagen, aber ich versuche das kurz zu halten. Dann haben wir natürlich die Einbindung des Ganzen in den Prozess zum Thema. Wir gucken uns einige wichtige Themen an, die man als Post-Editor, wenn man das als Service anbieten möchte, so beachten kann, sollte. Und dann natürlich beantworten wir, Entschuldigung, am Ende auch noch mal die Frage, brauchen wir es denn nun oder nicht? Springen wir in das Thema Abgrenzung. Was ist denn Post-Editing? Ich bitte zu entschuldigen, dass ich hier englische Beispiele gewählt habe, aber es gibt einfach im Internet zum Großteil und auch in der Literatur immer noch hauptsächlich englische Literatur zum Thema Post-Editing. Also der Äpfel-Vergleich hier, es ist in den meisten Fällen, ich lese das jetzt hier nicht alles vor und gehe auch davon aus, dass Sie alle des Englischen mächtig sind. Ich hoffe, das ist so. Ansonsten bitte ich, das zu entschuldigen. Ich fasse zusammen, es ist ein Prozess, wo immer Menschen etwas tun. Und zwar verändern Menschen einen maschinell generierten Übersetzungs-Output und bemühen sich nach Kräften hier einen akzeptablen Output zu generieren. Also ein akzeptables Übersetzungsprodukt aus dieser maschinell generierten Übersetzung zu machen. Das haben die alle gemein. In einigen Fällen wird hier auch schon gewertet. Also es wird manchmal einfach nur angepasst oder verändert, aber es wird auch korrigiert und verbessert. Es sind unterschiedliche Ansätze, die hier zum Tragen kommen. Der Birnenvergleich, was ist es denn nicht? Man soll ja nie etwas mit dem erklären, was es nicht ist, aber in diesem Fall ist es hilfreich abzugrenzen. Revision ist es nicht, weil für eine Revision brauche ich erheblich mehr Zeit und die Zielqualität, die ich haben möchte, ist natürlich viel höher. Es ist auch nicht Übersetzung, wie wir alle uns schon denken. Allerdings ist es schon so, dass auch beim Posteditieren, wenn der generierte Zielsatz von der Engine nicht brauchbar ist, durchaus auch eine neue Übersetzung gemacht wird. Das ist eine der Regeln des Postediting. Also es kommt immerhin zum Tragen. Und Pre-Editing ist es selbstverständlich auch nicht, weil Pre, wie die Silbe schon sagt, ist natürlich das, was vorher passiert im Ausgangstext, um den maschinellen Übersetzungsoutput zu verbessern, um der Engine das Leben zu erleichtern sozusagen. Das ist hier so ein bisschen mein Äpfel-Birnen-Vergleich. Und nun kommen wir zum Thema MÜ-Systeme und was gibt es denn da so? Auch hier habe ich etwas zum Einstimmen mitgebracht, damit es nicht ganz so trocken bleibt. Das sind ein paar Übersetzungsbeispiele aus MÜ-Engines, geläufigen im Internet, die man selber auch so ausprobieren kann. Ich lese jetzt nicht alle vor. Ich habe es der Engine nicht leicht gemacht. Ich sage es gleich, ich habe hier einen literarischen Text gewählt von Henry Brooks Adams. Nicht leicht und auch schön passend, wie ich finde. Und ja, die Engines haben ganz unterschiedliche Sachen draus gemacht, aber das letzte hier, das ist also das neueste vom neuen Neural MT, neuronale MÜ von Google Translate, muss ich sagen, das ist schon echt nicht schlecht. Also wenn man das liest, könnte man sich schon vorstellen, dass das vielleicht ein Mensch generiert hat. Jetzt ist nicht alles, was man da findet, gut. Also man findet Licht und Schatten, wenn man diese Engines testet. Aber trotzdem wollte ich mal zeigen, was so im Moment die Möglichkeiten sind zum Teil. Okay, wie ein Mensch kann die Engine meistens nicht übersetzen. Man merkt schon, dass es nicht ein Mensch gemacht hat. Aber was kann die Engine durchaus tun? Sie kann überall eingebaut werden und es bietet wirklich unzählige Möglichkeiten im Übersetzungsbereich, die Spaß machen. Also wenn man mit dem Handy zum Beispiel einen Vertrag einfach mal abfotografiert, dann kann man sich das hier direkt auf dem Foto übersetzen lassen. Man kann sich das in Text generieren lassen. Man kann sich das vorlesen lassen und man kann sogar Schrift sich direkt übersetzen lassen. Alles mit dem Mobilfunkgerät. Und das geht alles heute schon. Es geht noch mehr. Und Sie alle haben sich ja auch schon im Ü selber benutzt. Vielleicht sogar auch schon selber natürlich im Übersetzungsprozess eingesetzt. Aber vielleicht auch einfach ganz unbewusst im Internet genutzt für bestimmte Käufe. Da haben Sie vielleicht gar nicht unbedingt gemerkt, dass es jetzt im Ü ist. Und genau so vielfältig, wie man das da eben hat, sind die Möglichkeiten. Und im Ü ist einfach schon in unserem Alltag ein Bestandteil. Wir haben verschiedenste Formen von dem Ü und wichtig ist hier vor allem, und ich lasse jetzt mal das obere Beispiel wirklich weg, die korpusbasierten Verfahren hier. Das sind die statistischen maschinellen Übersetzungen, die einfach nur mathematisch ermitteln, wie eine Übersetzung sein könnte. In diesem Fall hat es zum Beispiel eine gute Statistik gehabt und hat Barbarism ausgespuckt. Ja, Barbarei wird zu Barbarisms, könnte aber auch sein, dass einfach nichts dabei rauskommt, weil es einfach gar nicht, gar keine Wahrscheinlichkeit ermitteln kann. Verzeihung, da bin ich einen zu weit gehüpft. Und dann gibt es die regelbasierten Verfahren, die wirklich das Ganze zerlegen, grammatikalisch in ihre Einzelbestandteile, das dann transferieren in die Zielsprache und das Ganze dann in den Output generieren, die Synthese sozusagen durchführen. Hier ein lustiges Beispiel, das ist schon ein bisschen älter, aber macht immer wieder Spaß. Nightclub Nightclub Egg, einer der ältesten Maschinen, hat das mal zum Besten gegeben in einer Übersetzung. Wichtig hier noch, dass es hybride Verfahren gibt, die beide Welten versuchen ideal miteinander zu vereinen. Sie sehen also ganz unterschiedliche Vorgehensweisen hier und jetzt fragt sich natürlich der Mensch, in diesem Fall der Übersetzer mit leichten Kopfschmerzen, muss ich denn das wissen? Ich will doch eigentlich kein MÜ-Engine bauen, sondern ich will Post-Editing verstehen und wir wissen, ob das irgendetwas bringt. Mir, anderen, warum braucht man das? Leider muss man das ein bisschen wissen, wenn man sich dem Post-Editing nähert, denn die Engines generieren ganz unterschiedliche Fehler. Da haben wir zum Beispiel auf der syntaktischen Ebene ganz unterschiedliche Satzstrukturfehler, die passieren oder eben bei der statistischen Maschinellen Übersetzung falsche Flektionen, die falsch berechnet werden in diesem mathematischen Prozess. Wir haben auf der terminologischen Ebene falsche Terme, die ausgewählt werden bei der regelbasierten oder ganz inkonsistente Terme, weil auch hier eine Berechnung ermittelt hat, dass das eben jetzt der Term sein muss in dem Kontext, aber vorher hatte ich den anderen, der hätte genauso gut genommen werden können, das kann die Engine da nicht ausgleichen und wir haben auf der inhaltlichen Ebene Probleme, dass, und ich gehe jetzt hier vor allem auf die statistische Engine, dass die Sätze super aussehen, aber nicht korrekt sind, das ist natürlich fatal. Das sind also so Dinge, die einem beim Post-Editieren durchaus über den Weg laufen können und deswegen ist es wichtig, dass auch ein Post-Editierer sozusagen weiß, was gibt es denn für Engines und wie kann ich das einschätzen für mich. Ich habe ein paar kommerzielle MÜ-Systeme hier mal für Sie reingepackt, das ist auch schon eine etwas ältere Folie. Bitte zu entschuldigen, wenn da Systeme nicht dabei sind, die Sie kennen, aber der Markt gerade hier auf der rechten Seite wächst unglaublich schnell. Das liegt daran, dass die Moses Engine Open Source ist und jeder sich selber auf Basis dieser Moses-Core-Technologie selber seine Engine bauen kann. Das heißt, jeder Hersteller, jeder Cut-Tool-Hersteller kann seine eigene Engine bauen, aber auch jeder Übersetzer theoretisch und jeder Entwickler und jeder Mathematiker, der da draußen ist. In der Mitte finden wir diese beste aller möglichen Welten, bis vor kurzem zumindest noch, nämlich die Hybrid-Systeme, auch die wachsen natürlich immer mit unterschiedlichen Anteilen und dann gibt es aber jetzt eben diese sehr vielversprechenden neuen Ansätze mit Neural-MT, wo man sagen muss, dass da eigentlich die Hersteller auch alle hinstreben. Also Systran hat eine sehr vielversprechende Engine gebaut, Google haben wir eben schon gesehen, ebenfalls, ich weiß, Omnition ist dran, ja, Kantan hat sich die Sache angeschaut. Also die gehen jetzt alle in die Richtung, ist noch sehr teuer und es ist auch noch sehr langwierig, dieses Training, aber vielversprechend für die qualitativen Ergebnisse, die man da erzielen kann. Jetzt denken wir uns, ja, jetzt habe ich gesehen, was es so für Engines gibt, aber wie kann man sich das denn nun in der Praxis überhaupt vorstellen. Wir schauen uns an, wie MÜ und Post-Editing im Übersetzungsprozess eingebettet ist, um zu sehen, wo das denn überhaupt zum Tragen kommt. Das ist hier so ein klassischer Übersetzungsprozess, den wir, ja, für uns gerne verwenden, einfach um prozesshaft darzustellen, was abläuft. Wir haben hier eine kontrollierte Ausgangssprache im Idealfall im MÜ-Prozess, dann findet Pre-Editing der Ausgangssprache statt. Wie gesagt, das ist eher so die Idealwelt. Dann passiert hier Vorübersetzung und MÜ-Abgleich, wenn man MÜ, also Maschine-Übersetzung einsetzt und dann kommt nachher der Post-Editor und gegebenenfalls ein Feedback zum Tragen. Hierbei ist wichtig, dass bei großen Unternehmen und so Workflow-Management-Systeme das Ganze wirklich steuern und sie dann auch eingebunden werden als Post-Editoren und dann auch ein Tool vorgeschrieben bekommen sozusagen. Kleinere Unternehmen schaffen das natürlich so nicht. Die haben meistens nicht so eine riesige Umgebung oder wissen auch noch gar nicht so genau, wie sie es machen wollen und überlassen dann die Auswahl eher dem Post-Editor selbst, der dann auch so ein bisschen zum Berater wird. Also da wird auch die Kommunikation mit dem Kunden immer wichtiger. Wir haben ein wichtiges Thema hier, nämlich das Thema der Austauschformate und Kennzeichnung von den MÜ-Segmenten, die nicht ideal gelöst sind. Also die meisten Hersteller haben hier noch große Schwächen. Das ist dann wichtig, wenn Sie Post-Editing anbieten wollen und natürlich irgendetwas vom Kunden bekommen, was eine Mischversion ist. Dann haben Sie dort unter Umständen Matches aus der maschinellen Übersetzung, aber Sie haben vielleicht auch Fuzzy-Matches und nicht übersetzte Segmente. Und die muss man natürlich voneinander trennen können, damit man sauber abrechnen kann. Wir sehen hier zum Beispiel ein Beispiel aus SDL Studio, Automatic Translation. Das ist hier der Kenner für die maschinelle Übersetzung. Sie kennen es vielleicht auch und Sie wissen dann sicherlich auch, dass man hier in der Statistik das nicht ausgewiesen bekommt als MÜ. Was sehr unglücklich ist, weil man eben wie gesagt hier an der Stelle das dann gar nicht unterscheiden kann. Hier wäre das jetzt deshalb nicht dramatisch, weil einfach alles schon maschinell übersetzt ist, aber wenn es gemischt wäre, könnte man das nicht voneinander unterscheiden. Es gibt Anbieter, die das tun. Across zum Beispiel weist es in den Statistiken aus, das sei schon mal gesagt. Aber bei Transit Next zum Beispiel ist es auch nicht ausgewiesen und bei MemoQ meines Wissens bis dato auch noch nicht. Das heißt, da muss man schon gucken, dass man sich da mit dem Kunden auch vereinbart, wie man die Daten denn nun bekommt und in welchem Tool man arbeiten soll. Es gibt zwei Formen, Import-MÜ und MÜ im Editor. Import-MÜ ist eben, wenn das Ganze schon bei der Vorbesetzung erzeugt wird und dann dem Übersetzer direkt mitgeliefert wird und dem Editor wäre dann, wenn Sie selber die MÜ anfordern. Und dann sieht man hier in der Editor-MÜ-Beispiel aus Transit Next hier, wie die Daten dann an das MÜ-System gesendet werden und dann bekommen Sie in Ihrem Editor hier Ihr Übersetzungsbeispiel. Das ist natürlich schön hier gelöst, weil man jedes Mal so einen riesigen Disclaimer bekommt. Achtung, jetzt schickst du hier Daten ins Internet. Kann ein bisschen nerven, ist aber natürlich richtig, weil die Daten sind in der Cloud sichtbar und für den Kunden ist das vielleicht so nicht in Ordnung. Insofern ist der Hinweis hier eigentlich sehr, sehr löblich. Nur ein kurzer Überblick, was es so für eine Vielfalt gibt in den verschiedensten Cut-Tools, ist sicherlich an der Stelle, ja, wahrscheinlich haben Sie in Ihrem eigenen Tool, wenn Sie eins verwenden, schon mal geschaut, welche kann man denn einbinden. Meistens geht das über API-Schlüssel, bei STL Trader Studio geht es mit App in den meisten Fällen, aber ja, das kann man sich relativ leicht im Tool einbinden und dann verwenden, wenn man das möchte. Können wir jetzt nicht weiter drauf schauen, ist bei uns nochmal ein ganz eigenes Thema, wie der Übersetzer das im Prozess selber verwenden kann. Jetzt kommen wir zum Kern des Pudels. Was ist denn eigentlich beim Posteditieren Sache? Kann man damit auch Geld verdienen? Das kann man natürlich. Deswegen schauen wir uns mal an, wie Postediting als Service zu verstehen ist. Wo werden denn Posteditoren in diesem MÜ-Prozess eingesetzt? Einmal in der Entwicklung und einmal in der Produktion. Ich habe das jetzt hier mal schematisch so ein bisschen dargestellt. Das ist halt alles leider relativ abstrakt, weil es ja in der Engine passiert, aber der Posteditor wird zum Beispiel beim Pre-Editing benötigt, so die Quelltexte anzupassen in der Trainingsphase, damit die MÜ im Output besser wird. Außerdem wird der Posteditor in der eigentlichen Trainingsphase dann natürlich zur Feedback-Erstellung benötigt. Er guckt sich also den Output an, die Übersetzung und sagt, was falsch ist, findet nicht übersetzte Quellsegmente und so weiter, damit der Entwickler das wiederum der Engine zuführen kann und sein Übersetzungs- oder Sprachmodell anpassen kann. Das ist jetzt bei der statistischen, maschinellen Übersetzung so. Und natürlich in der Produktivphase, wenn die übersetzten Segmente den Posteditor einfach zur Korrektur, sage ich jetzt mal, zum Posteditieren zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Es gibt vollständiges oder leichtes Postediting und dann natürlich auch mit oder ohne Feedback. Und hier gibt es dann nochmal in unregelmäßigen Abständen häufig auch im Produktivprozess immer wieder Feedback zur Engine-Optimierung. dass dann sehr viel detaillierter stattfinden muss. Kann ich jetzt nicht alles vorlesen, aber Sie kriegen schon eine Idee. So ähnlich wie in der Trainingsphase quasi wird dann hier nochmal ganz, ganz detailliert ein Feedback erstellt. Was muss ein Posteditor denn so können? Wir haben allgemeine Kenntnisse für Posteditoren, ganz klassische. Ich meine, sehr, sehr übersetzerähnlich auch. Wir müssen natürlich ausgezeichnete Quell- und Zielsprachenkenntnisse vorweisen, Textarten- und Linguistikkenntnisse haben. Sie sollten sich sehr gut in Terminologie-Management auskennen und auch Terminologie-Management-Datenbanken einsetzen. Denn Terminologie ist ein Riesenthema. Und gut ist auch, wie beim Übersetzen, eine Fachgebietsexpertise zu haben und sich in bestimmten Spezialgebieten besonders gut auszukennen. Also das ist relativ ähnlich. Was wichtig ist hier und was sicherlich auch anders ist als beim Übersetzen, ist, dass man eine unheimliche Geduld braucht, weil man darf nicht vergessen, dass die Fehler, die man da, ich sag mal täglich, Tag ein, Tag aus bekommt, manchmal wirklich schwer zu tolerieren sind. Also man muss sich daran gewöhnen und sich an guten Ergebnissen sehr stark erfreuen können und ein großes Durchhaltevermögen haben, weil viele Menschen das als eine sehr herausfordernde Tätigkeit betrachten. Ich habe allerdings auch schon auf einer Tagung mit einem Posteditor gesprochen, der das einfach super fand, der das, den das überhaupt nicht angestrengt hat und der das sehr gerne gemacht hat. Ich glaube, auch da sind wir ja alle unterschiedlich gelagert. Weil ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden und ausprobieren. Was braucht man denn für technische Voraussetzungen und so? Was gibt es noch für Spezialwissen? Man sollte Spaß daran haben, ständig mit neuen Technologien zu arbeiten. Das ist wirklich ein sehr technischer Job, muss man einfach sagen. Man muss sich sehr in MÜ-Systeme einarbeiten. Wir haben das eingangs schon gesehen. Man muss wissen, was sind das für unterschiedliche Systeme, die es so gibt? Was kann man da so einstellen? Was kommen da für Fehler? Dann muss man Spaß daran haben, ja auch schon Feedback so zu geben, dass der Entwickler damit was anfangen kann. Und hier haben wir wieder das Terminologie-Management. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es gibt so eine Faustregel, wie lange eine Einarbeitungszeit sein kann. Die kommt jetzt von Taos hier. Die sagen, mindestens einen Monat lang soll man mindestens 100.000 Wörter rohe MÜ editieren. Also wirklich rohen MÜ-Output, so wie er ist. Auch hier kann ich nur sagen, Erfahrungswerte. Sicherlich gibt es Menschen, die das sehr viel schneller schaffen. Dann gibt es vielleicht Menschen, die viel länger brauchen. Aber das ist mal ein Richtwert, an dem man sich vielleicht mal so ein bisschen festhalten kann. Ja, was ist noch wichtig zu wissen? In der Zusammenarbeit mit dem Kunden, wir hatten das eben schon, hatte ich das schon erwähnt. Man sollte wirklich so viel wie möglich mit dem Kunden klären, wenn man Post-Editing anbieten möchte. Man muss wirklich wissen, was er da verwendet für Systeme. Sie sehen hier so ein paar Fragen, die man stellen sollte. Wir haben gesehen, in der Umgebung, wo Cut-Tools eingebunden werden, muss man wissen, welches ist es denn? Welches soll ich benutzen? Willst du mir was vorschreiben? Soll ich das selber machen? Habt ihr bitte Daten, damit ich gucken kann, wie der Output ist? Weil, ich gehe jetzt hier mal runter. Die Qualität ist wichtig. Also es ist wichtig, welche Qualität kommt aus der Engine raus, die ich bekomme. Und welche Qualität will mein Kunde haben? Und wofür braucht er die Übersetzung? Und hier wird es spannend, weil daran hängt sich nachher natürlich auch der Preis auf. Also je nachdem, wie schlecht die Engine Output generiert und wie hoch die Qualität ist, die der Kunde sich wünscht, ja, danach richtet sich natürlich auch der Preis. Also dann wird der Preis, den ich veranschlage, sicherlich höher sein müssen, weil ich als Posteditor ja auch viel mehr Zeit brauche. Das heißt, es ist ganz wichtig zu wissen, was kriege ich am Ende zum Prüfen und in welcher Form will der Kunde es zurückhaben? Und will er auch noch detaillierte Feedback bügen? Oder will er wirklich nur die Übersetzung zurückhaben? Das muss man mit dem Kunden besprechen. Am Ende geht es nämlich natürlich wieder darum, was kann ich denn für Postediting veranschlagen? Und da habe ich hier mal ein ganz klassisches Schema aus dem Bereich MÜ. Wir haben hier Roh-MÜ, also das, was aus der Engine rauspurzelt. Hier haben wir die höchste Form der Qualität, nämlich die humane Qualität. Und dazwischen liegen mehrere Blöcke, ja, Qualitäts- von Fehlerklassen, deren man sich widmen kann. Und beim leichten oder schnellen Postediting wendet man sich hauptsächlich diesen Fehlerklassen zu. Beim vollen Postediting macht man im Prinzip alles. Aber volles Postediting wird trotzdem niemals die humane Qualität erreichen. Das sollte man vielleicht hier schon mal erwähnen. Beim leichten Postediting kann man solche Preise hier verlangen, aber man kann auch Stundenpreise verlangen. Man kann auch sagen, es ist mir eigentlich egal, ich nehme immer den vollen Wortpreis. Am Ende ist es Ihnen überlassen. Das sind jetzt hier auch wieder nur Ideen, Gedankenanstöße, was man vielleicht veranschlagen könnte fürs Postediting. Und beim vollen Postediting ist es so, dass auch hier es natürlich schwankt, dass auch hier sind Vorschläge, was man machen kann, hängt sehr stark von der Qualität der Engine ab. Ist einfach so. Hier sehen wir so ein paar Vorschläge, was man beim leichten Postediting machen sollte. Auch hier ist die Rücksprache mit dem Kunden wichtig. Also natürlich gibt es auch da unterschiedliche Vorstellungen, aber das sind mal ein paar Ideen. Da, wo ein Haken ist, sehen Sie, sollte das gemacht werden. Und da, wo ein Asterisk ist, das ist nice to have. Und der Rest wird eigentlich nicht betrachtet. Also Stil ist kein Thema beim leichten Postediting, denn am Ende ist hier das Ziel, es soll inhaltlich stimmen, nicht beleidigend sein und sehr schnell sein. Und die Qualität ist an der Stelle nicht relevant. Beim vollen Postediting sieht das anders aus. Da haben wir natürlich alle möglichen Fehlerkategorien, die wir betrachten. Dennoch ist auch hier ein allgemeiner Stil nicht so wichtig, weshalb es auch häufig eben nicht bis zur humanen Qualität kommt beim vollen Postediting, was aber auch nicht das Ziel ist, denn eine mittlere bis gute Zieltextqualität ist hier die Erwartungshaltung und das sind eben die Punkte, die dabei berücksichtigt werden sollen. Ganz wichtig ist, dass es schnell sein soll, weil das ist das Ziel der ganzen MÜ-Geschichte. Jetzt weiß mal unser Übersetzer, wie er berechnen kann, aber er weiß natürlich nicht, welche Qualität kommt aus dem System. Da habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber es gibt automatische Evaluierungsverfahren, um die Qualität einer Engine zu ermitteln. Das wird dann in einem sogenannten Blö-Verfahren durchgeführt. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört. Das kann man übrigens auch selber mal testen hier. Da wird einfach der Quelltext eine Humanübersetzung verwendet und die wird dann gegen die Maschinellübersetzung im Vergleich zum Quelltext gemessen. Da werden wirklich ganz einfache Verfahren angewendet. Wir haben hier natürlich Vorteile, dass es sehr schnell ist und quasi nichts kostet, aber eben relativ ungenau ist, inkonsistent, wo man eigentlich hier immer nur die Qualität innerhalb einer Engine testen kann. Und dann gibt es auch noch automatische Messungen, die Übersetzer oder Posteditoren selber einsetzen können und auch Firmen einsetzen. Zum Beispiel hier das DQF, das ist das Dynamic Quality Framework. Das ist ein Plugin. Das gibt es nicht nur für den SDL, für SDL Studio im App Store, aber da können Sie es zum Beispiel runterladen und testen. Es gibt es auch für andere Tools und es misst im Prinzip die Zeit, die ein Posteditor braucht, um eine Maschinelle Übersetzung zu korrigieren. Und ja, misst es einfach und gibt nachher hier eine Statistik aus und so kann sowohl der Auftraggeber als auch Sie selber messen, wie lange habe ich denn gebraucht, um diesen Text zu posteditieren und dann kann man auch auf einen sinnhaften Preis irgendwann kommen, dass man sagt, okay, wenn ich hier eine durchschnittliche Zeit brauche für diesen Text, von, keine Ahnung, so und so viel Minuten pro Seite oder Sekunden pro Segment, dann nehme ich immer diesen und jenen Preis. Das heißt, das ist auch eine Möglichkeit zu wissen, wie gut ist die Engine und wie viel Geld kann ich fürs Postediting hier veranschlagen, um eine bestimmte Qualität zu erreichen. Ja, jetzt will der Posteditierer natürlich auch mal loslegen und ich habe jetzt hier nochmal die wichtigsten Faust drin, bitte nicht erschrecken, die purzeln jetzt hier alle so runter. Das ist natürlich relativ viel, können Sie jetzt auch nicht alles auswendig lernen, aber das sind auch nur so die allerwichtigsten Faustregeln wirklich, die man so hat. Es gibt hier zum Beispiel die eine schnelle Entscheidung, möglichst unter zwei Sekunden, die ist sehr umstritten, sage ich gleich, aber es macht ja Sinn, wenn ich schnell sein will, dann muss ich natürlich sofort wissen, was kann ich jetzt hier machen, was muss ich korrigieren, kann ich das korrigieren, muss ich neu übersetzen, das muss natürlich schnell gehen. Wenn ich da jedes Mal drei Minuten überlege, dann lohnt sich das Posteditieren für mich irgendwann nicht mehr. Und so sehen Sie hier so die allerwichtigsten relevanten Faustregeln, die man so hat. Ich habe hier noch ein Beispiel mitgebracht, ich hoffe, Sie haben noch die Zeit, weil ich weiß, wir haben jetzt schon halb, aber vielleicht ist es ganz interessant, einfach nur mal so ein bisschen zu sehen, was bedeutet denn das hier, leichtes Postediting und so, ja, wo sind denn da die Unterschiede? Also ich habe hier einen Quelltext, dann habe ich meinen rohen MÜ-Output hier und das soll vom Posteditierer im Rahmen eines leichten Postediting, also die Qualität ist nicht so wichtig, es muss verstanden werden, gemacht werden, also editiert werden. Und dann gibt es diese klassischen Begriffe, dann gibt es das Under-Editing, hier ein Beispiel, diesen Satz, but not only outside, the smartphone has something to offer, ist für mich eher nicht verständlich, deswegen würde ich das durchfallen lassen, da hat er zu wenig editiert. Dann haben wir hier ein Over-Editing, denn da hat er mal den Text komplett umgeschrieben und nach subjektivem Empfinden verändert, das darf natürlich auch nicht sein, wird aber verstanden, also es hat den Vorteil, aber es ist eindeutig hier over the edge, also so viel hätte für ein leichtes Postediting nicht gemacht werden müssen und das ist jetzt mal mein Beispiel für in diesem Fall ein angemessenes Postediting, but it's not only on the outside, where the smartphone has something to offer. Wie gesagt, in meinem Beispiel hier, für mich ist das in diesem Fall ein angemessenes Postediting, nur dass Sie meine Idee bekommen, was das denn eigentlich heißt. So, jetzt kommen wir auch zum Fazit, denn ich habe ja versprochen, dass ich versuche, mich an die Zeit zu halten. Das scheint ja Sinn zu machen, denkt sich unser Übersetzer, aber das war jetzt natürlich ein Schweinsgalopp und ich möchte eigentlich gerne mehr wissen, was kann ich da tun, gibt es da irgendwelche Angebote? Es gibt schon was, aber es gibt auch echt noch Potenzial, muss ich sagen. Also mehr und mehr Hochschulen und Universitäten nehmen MÜ und auch Postediting jetzt ins Portfolio auf. Häufig wird das Postediting, sage ich mal ein bisschen stiefmütterlich, im Rahmen des MÜ-Fachs behandelt. Aus meiner Sicht für Übersetzungslehrgänge sollte das eigentlich im Fokus stehen. Dann gibt es so ein paar Seminare und Weiterbildungsstätten und es gibt aber natürlich auch Übersetzungsanbieter und Systemanbieter, Organisationen, TAUS, ich erwähnte es schon, wir machen das auch. Wir bieten auch Präsenzkurse an, denn das Thema kann man wirklich sehr detailliert behandeln. Also wenn da Interesse besteht, bei TAUS auf der Seite gucken, SDL hat so ein kleines Ding, das hilft jetzt nicht so viel weiter, ehrlich gesagt, aber es ist vielleicht mal ein Einstieg, das ist auch, glaube ich, kostenfrei, das kann man einfach machen. Und bei TAUS ist es kostenpflichtig, aber ein sehr gut und detaillierter Postediting-Kurs und wir machen, wie gesagt, wir machen es als Präsenz-Seminar. Hier meine Zusammenfassung und danach schaue ich mir auch gleich nochmal Ihre Fragen an, wenn welche da sind. Zusammenfassend für unseren Übersetzer, sage ich jetzt mal stellvertretend, aber auch für mich natürlich ist das auch meine Meinung, Postediting braucht jeder, der MÜ-Ergebnisse mit gewisser Güte produktiv einsetzen will. Der Einsatz von MÜ steigt tendenziell wirklich stark an. Es macht Sinn, sich mit Postediting näher auseinanderzusetzen, wenn man die Technik nicht scheut. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Transparenz und klare Vereinbarung mit Auftraggebern in Bezug auf erwartete Qualität, Aufwand und Preis sind aber absolut entscheidend. Also das ist tatsächlich ein dynamischer, ein kommunikativer Prozess. Da kann man nicht mit einfachen Preispaketen arbeiten. So, ich habe es geschafft, fast pünktlich zu schließen. Ich hoffe wirklich, dass ich Sie jetzt hier nicht total überfahren habe verbal. Ich bedanke mich sehr. Hier sehen Sie noch einen Auszug aus unserem Team und ein paar nächsten Termine, wo man uns zum Beispiel treffen kann oder wo vielleicht Interesse besteht, selber sich da mal hinzubegeben. Wir haben auch einen Vortrag auf der Frühjahrstagung, wenn Sie da sein sollten. Da geht es um die Rolle der Terminologie in der maschinellen Übersetzung. Das macht ein Mitarbeiter von mir, der Christian Eisold. Jetzt gucke ich mal eben in die Fragen. Es gibt, glaube ich, eine Frage hier. Ja, hier gibt es eine Frage. Wenn ich als Firma das Postediting in Auftrag gebe, kann ich davon ausgehen, dass sich der Posteditor vollständig in die nötige Fachterminologie einarbeitet? Ja, das sollte man natürlich vorher klären. Also deswegen habe ich ja gesagt, es ist sinnvoll, als Posteditor sich auch in ein Fachgebiet einzuarbeiten und das dann auch anzubieten. Also zu sagen, ich bin Posteditor vorrangig in diesen Bereichen. Deswegen, ja, das kann man natürlich erwarten, denn das sollte im Service eigentlich inbegriffen sein. Oder wenn der Posteditor erst beginnt, dann müsste er das sozusagen einpreisen. Wenn natürlich ständig von der Firma unterschiedliche Textsorten kommen und ganz viele verschiedene Terminologiearten immer wieder abverlangt werden, dann sollte man mit der Firma mal sprechen oder eben sagen, ich mache das gerne, aber nur für diesen Bereich, denn das ist natürlich auch sehr aufwendig. Also Sie sollten sich als Übersetzer überlegen, was möchte ich da, wo möchte ich mich da einarbeiten, was liegt mir auch und wo sehe ich auch Potenzial? Pharma zum Beispiel könnte ich mir vorstellen oder so, oder im technischeren Bereich. Und als Firma kann man sowas auch vorher abfragen. Bist du bereit, das zu tun? Weil das ist uns sehr wichtig. Also das würde ich an der Stelle vielleicht dazu sagen. Ich hoffe, dass das die Frage beantwortet. Das ist natürlich auch nur eine Meinung, die ich habe. Am Ende ist auch das Vereinbarungssache. Ich darf noch auf unser nächstes Webinar hinweisen. Das wäre auch meine allerletzte Folie. Falls Sie Interesse haben und wenn Sie mögen, kommen Sie doch gerne am 12.04. wieder ins Netz sozusagen. Da wird die Jenny Seidel was zum Thema Terminologie, zielführend abstimmen sagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie da wieder reinschauen. Und wenn jetzt sonst keine Fragen mehr von Ihnen da sind, ich schaue mal eben. Da wurde gedankt. Ich danke auch sehr. Ich habe das gerne gemacht. Freut mich, wenn es Ihnen gefallen hat. Und ja, wenn jetzt nichts kommt, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Tag, eine gute Restwoche. Falls Sie Karneval feiern, viel Spaß dabei. Und vielleicht hören wir uns bald mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.